Liebe Wählerinnen und Wähler, am 14. März 2021 haben Sie eine Stimme. Bitte nutzen Sie diese und gehen zur Kommunalwahl. Wir stehen hier vor der Kita in Kranzberg, den Kranzberger Schlossgespenstern, einer der kleinsten Betreuungseinrichtungen in Ousingen. Wir setzen uns dafür ein, dass die einzelnen Kindertagesstätten oder Kindergärten in den Ortsteilen erhalten bleiben. Aber dennoch wollen wir auch unser Angebot erweitern an U3- und Kindergartenplätzen. Dies soll alles zu angemessenen Betreuungsgebühren stattfinden. Und auch hoffen wir, unsere Betreuungszeiten erweitern zu können, um so ein umfassenderes Betreuungsangebot zu ermöglichen. Deshalb gehen Sie am 14. März zur Wahl und geben Ihre Stimmen bitte der CDU. Denn gemeinsam im Team mit der CDU werden wir für eine familienfreundliche Politik sorgen. und dann gehen Sie an.